Dann muss ich eine Aufnahmepause machen. Wegen der Festplatte. Ich habe halt nur 412 Gigabyte Platz. Da war vier Platz schön da, das ist gut. Komische Steine sind hier auch. Und ein Koglinbeeren, sehr schön. Wer kommt denn da an, gescheissert? Aua, lass das. Boah, die machen aber Damage. Die machen aber Damage. Sag dich doch. Na gut, dass wir jetzt einmal gespeichert haben vorher. Hallo, Ladebildschirm, lange nicht gesehen. Darauf erstmal einen trinken. So. Ich hasse Erkältung. So scheisse. Ich hoffe mal, dass bald ein Frühling und Sommer kommt. Es wird langsam mehr aus der Zeit. Okay, wo ist dieses dämliche Wildschwein? Ich glaube ich sollte mich erstmal hochheilen. So, noch einmal. Und jetzt das Drecksvieh töten. Los, komm runter gescheissert. So. So. Ein Wildschweinfeld und Krallen. Jetzt das hier einsammeln. Was macht denn der Wolf da eigentlich? wirklich? Ah, der kann sich entscheiden, wo er hingehen soll. So, was haben wir denn hier? Ach, das ist wieder so ein Vieh. So, speichern. So. 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 Nein. Warte, 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 warte. Hier ist das Wildschwein. Das ist gefährlich als die Banditen. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. So. Dann komm mal her. Tschüss. Hier bitte mal rumfliegen. So. Schuss waren 20 abgenutzt. Ach, pff. Ach. Gut. Aber jetzt geht's schon. So, 13 Gold. Schön, Heidwurzel. Da wieder Zeug. Und das ist noch was. So. Ist das hier noch? Ja. Okay, Truhe. Was hast du für mich? Aha. So. Wie viel Fleisch habe ich eigentlich? Okay. So. Lass mal sehen. 29. Okay, würde ich sagen, ich mache mal 18 Stück. Ein bisschen grosses Fleisch behalte ich mal, falls irgendwann mal eine Quest auftaucht, wo ich grosses Fleisch abgeben soll. So. Gut, dann wird das auch geklärt. Oh, also Sinnbogen. 50 Schaden. Hm, ich glaube, das wüsste ich gleich mal aus. Golden Ring. Schön. Okay. Okay. Wölfe, okay. Mach da vorne. So, wie viel Schaden macht der? Warte. 45. Na ja, 5 mehr. Besser als nichts. So. Hm. Hm. Ja, 45. Vergiftet. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber da Bonus-Talent-Org-Töter. Ist auch nicht schlecht. Ach. Okay, ich mache das anders. So. So. Das packe ich da hin und das da hin. Warte, das mache ich einfach so. 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 Ich fange noch da hin. Damit das hier, also das nur für die auch zu verwenden. Und das für alle anderen Feinde. Das ist so ähnlich wie bei den Witcher. Das ist wie bei Schwert und normalen Schwert. So. Oh, Drachenwurzel. Sehr schön. Ja, ein Wolfier verprügelt. So. Speichern. Ja, was ist das denn? Ach, das ist ein Grab. Das ist ja gerade so komisch geleuchtet. Ach, die Wölfe haben gewonnen. Wegen ein Wildschwein. Hm, hm, hm. Okay, hier ist kein Kraut mehr. Okay, irgendwo ist einer noch ein, äh, rumbackender Wolf. Ja, der Formel. Jetzt kommen wir erstmal hier nachschauen, was gibt's hier. Nichts, was ich rein sammeln kann. Ja, das wird jetzt gerade ein bisschen blöd. Ich hab keine Pfeile. Aber es wird ein bisschen knapp, besser gesagt. Aber da sind auch ein Wasser-Kräuter, verdammt. Schöner, machen wir das mal da hinten. So. Komm mal her. Blödes Dino. Boah, das macht schon auch einen Schaden. Ja, da hab ich nicht aufgepasst. Ähm, ja. So. So. So, ich hab jetzt verlegt. So. Er schockert. So. Ja, ja. Irgendein Gebrabel im Hintergrund. Der zeigt gerade so schön den Arsch. Da kann ich nicht widerstehen. He, he, he. Na ja, aber für den Meerschein macht das eigentlich nicht. Ach, er hat so dänisch zu laufen. Oh nein, ein Stein hinter mir. Das ist dumm. Das ist dumm. Scheisse. Verdammt. Oh. Ne, warum stehst du das jetzt weg? Ja, helft mir, Freunde. Ja, ich weiss. Helft mir. Ja, ich weiss. Ich weiss. Der hat sich verpisst. Nein, 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 nein. Genau das meinte ich. Genau das meinte ich. Genau das meinte ich mit dem scheiss Sturmantat. Atatata. Wer ist es jetzt tot? Ja, ich weiss. Ach. Bleib stehen. So. So. so dann mal das wichtige Kraut einsammeln da, irgendwo, irgendwo hier, da, so, okay, dann hier wieder was und hier ein Schnellspeicher, so, hallo Kackdino, so, ist hier noch ein Kraut, das was ich noch übersehen habe, hm, nein, da unten ist ein bisschen Strand, so, und jetzt du, komm, zack, so, das hat erledigt, ja, wieder so ein Kackwolf, darauf habe ich auch keine Lust, Schnauze, hat irgendeine Pflanze da, ja, da vorne, ja, ach komm, nein, keine Fackel, so, ach, hier kannst du das verfehlen, verdammt, alter, ich muss vorsichtig sein, weil hinten laufen, hinten der Klippe, so, noch einmal, komm, zack, schön, hätten wir das, weil sie so, da ist jetzt erst mit Montagen, können Sie doch ein bisschen hinziehen, bis ich hier mal alles eingesammelt habe und so, ich hoffe, erstmal sehen, was denn da eigentlich ist Kaffelt. Mir interessiert sich auch dafür, was da ist. Noch wieder ein paar Banditen. Da ist wieder ein Arsch mit einem Pfeil. Wie ist es? Schwierermatit. Boah, 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 boah. Oh, ich bin zurück. Scheiße, kann ich mal laufen? Ich bin besser zickzack laufen wegen dem Arsch mit Bogen. Das war knapp. Ich werde immer unvorsichtiger. Oh, da werde ich doch was übersehen. Und da auch. So. Und da. Wer ist das Misthaufen? Ach. Na schön, so F5. Jetzt werden wir im letzten Playstation noch 200 Mal sehen. So, jetzt seid ihr dran. Krieg ich dich doch noch. Ne, 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 ne. Arsch mit Bogen. Jetzt wieder vollgeheilt der Sack. Halt da. Warte, bis du dran bist. So, stirb. Stirb, 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 so. So. Wenn es die Lupe noch zackt, dann sterben sie. Ah, hinter dir. Komm. Ach, der Bandit ist live. Maler Bandit ist normal live. So. Jetzt du. Komm. Ach, tschüss. Ach. Ach. Ja, jetzt schätze ich mich nur noch durch. Und dann kriege ich wieder aufs Maul. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Alles klar. So. Ah, schön wieder pfeilen. Das habe ich wieder 48. Gut, da vorne ist noch ein Haus. Da. Sieht jedenfalls so aus. Hm, okay. Auch dumm, dass man auf dem Markt nicht schlafen kann. Muss ich halt den Heiltrank nehmen. So. Normalspeichern. So. Ach nee, das ist wieder so ein Kackvieh. Warte, das will ich noch schön einsammeln. Danke. Hat erläuchtet was? Ach, eine Schlange. So. Da ist nichts zu holen. Ach, es war wieder sinnlos. Okay, dann solche Tiere töte ich nicht mehr. Ach nee, ein Wolfsroten. Ich habe genug von Wölfen. Ach, wieder ein Wildschwein. So, komm her, los. Da haben die mal einen Kill geklaut. Jetzt werden sie schon bald irgendwann bezahlen. So. Ich muss kurz was trinken. Und was haben wir hier eigentlich? Ich weiß nicht. Oh Mann, hier gibt es noch so viele. Sorry, Freunde. Ich weiß nicht, wir wollen vielleicht schon nach Matera sein. Mal zu sehen. Ich weiß, ob es jetzt auch ein bisschen nöde hier ist. Aber das muss sein. Irgendwann muss ich es ja tun. Aber das mit denen. Die lasse ich erst mal. Ach, schon wieder ein paar nervige. Gibt es ja nur noch solche Gegner? Oh. Alle lag. Auch ein Hase. Wie süß. Da ist noch eins. Ah, was hat denn das Schild da? Montera? Äh, Wingard, meinte ich. Okay. Auch wieder so ein nerviges Blutfliege-Ding. Gibt es hier nicht mal eine Kiste? Hm. Ah, hier ist auch nichts. Da kann man sich dann wohlfohlen. Na, da vorne ist eine Höhle. Okay, jetzt muss man... Ja! Was sehe ich denn da hinten? Äh, sind die Front gekommen oder nicht? Ja, das ist die große Frage. Du bist kein Gegner für mich. Ja, das werden wir noch sehen. Nein, halt. Andere Waffe. Okay. Ah, jetzt wenn du ein bisschen weiter weg von deinem Freund bist. So. Das hat schon mal gute Nacht. Okay. Nein! Doch, Alter, das war fies. Das war fies. Das war fies. Ich habe wirklich nicht mehr Schatz mit der Klippe da. So.